Und damit Willkommen zurück zu Resident Evil 5. Jeha. Jeha, genau. Blooddrunk ist auch wieder dabei. Und mal gucken, wie weit wir heute kommen. Und ob wir es vielleicht sogar zu Ende schaffen heute. Eventuell, ja. Ich will meinen verdammten Laser haben. Geh ich jetzt weg. Ich glaub, den kannst du nicht mitnehmen. Das wäre zu einfach. Sonst hätten wir ja jetzt eine übermächtige Waffe. Das wäre dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu viel verlangt, glaub ich. So, laut Map müssen wir dorthin. Meinst du? Meint die Map. Na gut, ah die Map, genau. Sollte ich vielleicht mal wieder einblenden. Lululululu Wesker, da ist er! Komm schon, gehen wir! Jill, bist du okay? Ich bin gut, keine Angst vor mir. Es gibt etwas, was ich muss euch sagen. Wesker hat eine Superhuman Kraft. Es kommt aus einem Virus. Aber das Virus ist nicht stabil. Um zu halten, muss er sich regelmäßig mit einem Serum reinigen. Also, wenn er den Serum verletzt hat, er verliert seine Kraft. Affirmative. Aber er hat nur eine Dose gemacht, also wird es eine Zeit, bevor er noch einen braucht. Damn. Listen, Exxella hat gesagt, dass die Amount administered muss sein, also wenn er zu viel injectiert hat, sollte er wie ein Poison sein. Ich glaube, sie benutzt das Serum, PG-67AW. PG-67AW? Ich versuche zu finden, ein Weg zu escape. Du musst das Serum finden. Exxella hat immer mit ihr. Sie sehen, wie sie kommt. Jill, komm in! Jill! Oh, verdammt! Chris, das ist es. Was für ein Zufall, dass wir natürlich genau das Serum schon gefunden haben. Ja, ja, das hat sie doch fallen lassen aus dem Poffer. Ja, ja, ich weiß. Aber da hätten sie jetzt auch nur mal eine Mission draus machen können. Holt das Serum! Ich finde es gut, dass wir es schon gefunden haben. Hey! Ich denke, es ist schwer, als wir zu tun. Wir müssen ihn hier und jetzt stoppen. und runter. Na, hier. Hä? Nö, ich kann nur abbrechen drücken. Warte. Jetzt, jetzt. Hier kann ich vdrücken. Ich konnte es gerade eben schon machen, aber irgendwie wollte sie dann doch nicht. Oh. Oh. Der ist ja böse. Kriegst du hier einen Drehwurm? Natürlich. Okay. Moment. Wow. Ähm. Ach komm. Jetzt ist dein Kopf genau unter dem Scheißball. Bam. Den habe ich schon mal. Den hinten habe ich auch. Okay. So. Da ist noch einer. Wow. Ach, diese Scheiß-Explosionen. Oh, jetzt ist er auch verbrannt. Aber steht er nochmal auf? Ne. Sehr schön. Ja, wir müssen aufpassen. Hier ist noch Kunstkraut, aber jetzt bin ich voll. Achtung. 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 Ja, ich bin auch voll. Boah. Ähm. So. Ist da noch irgendjemand? Ich glaube nicht. Ja. Vorerst. Ja. Klar, aber... Ja. What? Ah. Na gut. Und ich höre noch irgendwo was krummeln. Ja, das ist ja... Das ist gemein. Was denn? Dort ist einer. Oh. Ich stehe da nochmal auf. Ja. Uh. Ja, jetzt aber nicht mehr. Ja. Da halte ich noch eine Brandgranate. Die könnte ich nehmen, aber... Na, ich lass es mal. Brandgranate ist zwar ziemlich cool, aber... nutzt die ja eh nicht. Und ich... Wow! Scheiße! Der hat mich von hinten überrascht. Die olle Kanüle. Der ist ja fies, ne? Das ist super fies. Und lässt noch nicht mal was fallen, aber ich muss mich heilen. Ja, ich komm runter. Ja, ich komm runter. Ähm... Ähm... Benutzen. So, der hat mich jetzt total down gemacht. Jetzt hab ich aber auch wieder gute Slots frei. Ja, da steht auch direkt ein grünes Kraut. Dann würde ich mir das... Äh... Grün und grün kann man kombinieren, oder? Ja, grün und grün kann man... Ah, nein! Rot nicht. Open the secondary bolt. Präsenz, save distance from the bolt. Verdammt! Ich wollte mir doch gerade noch das grüne Kraut von da hinten holen. Oh. Kann man das jetzt nicht mehr? Kann man doch... Immer noch, oder? Ah! Wo kommen die denn? Ich weiß, gibt's das nicht. Hier liegt Magnum Muni, aber die braucht kein Mensch. Doch, ich hab die Magnum dabei. Okay. Oh, hinter uns, hinter uns ist auch einer. Aber den hab ich schon erledigt. Also, fast. Oh, shit! Wah, scheiße! Habst du da oben Besuch? Ja, allerdings. Aber... Nichts, was ich nicht handeln könnte. Bisher. So, der ist auch hinüber. Bist du was fallen? Ein bisschen Gold lässt da fallen. Und hier hab ich noch Gewehr Munition. Oh, da oben ist auch einer. Ähm... Boah! Wo oben? Was schmeißt du da oben? Ähm... Ach, Mann! Ich hatte ihn gerade im Visier! Menno! Oh, ich hasse die. Oh, da ist ja noch einer. Und ich höre Maschinengewehrfeuer irgendwoher. Ach, da hinten. Hey! Was macht der denn? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was du... ...hier so tust. Äh... Ich töte Leute. Puh, hallo! Da drüben ist noch einer. Oh, der hat ja... ... großes Geschütz. Der Freund da oben. So, der ist hinüber. Der ist hinüber. Und... Für Hüpf. Da ist noch ein grünes Kraut. Ein grünes Kraut. Das nehme ich mir gleich mal. Wenn ich nicht voll wäre. Oh, Scheiße! Oh, Shit! Da drüben ist einer mit, äh... ...RPG. Wo steht die Sau da? Da, jetzt kommt er rübergesprungen. Achtung. Oh, jetzt hier. Nicht den Abgang machen. Oh, du Vollnase. Jetzt ist er runtergesprungen. Ah, verdammt. Achtung, hinter dir. Dann komm mal hier hoch. Dann flieg wieder runter. Ah, Mist. Rotgewehrmunition. Die könnte ich jetzt gut gebrauchen. Und Maschinengewehrmuni. Die kann ich auch auf jeden Fall gebrauchen. Achtung, hinter dir. Wow. Ich hab ihn. Ah. Du Sau. Oh, Shit! Da oben kommen ganz viele. Komm mal wieder hoch. Moment, hier gibt's noch Blut. Das ist mir egal! Und Zombie. Ich hab hier ein kleines Problem. Also noch nicht wirklich. So einen hab ich schon mal. Drei sind's. So, der zweite ist auch hinüber. Aber da war doch jetzt gerade noch ein dritter. Aber ich glaub, der ist zu dir runter irgendwie. Also ich hab hier einen getötet. Runden. Das kann gut sein. Die sind von hier hinten gekommen. Aber vielleicht ist der auch zu dir runter. Andere Seite. What? Da kommt aber glaub ich noch einer. Links von uns. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich hätte da was aus dem Omnengel gesehen. Da hinten! Achtung! Oh ne! Oh ne! Zwei davon auch noch. Huh! Scheiße! Ja, ich muss nachladen. Au! Du musst schon wieder nachladen. Hier, ein Insekt. Komm, lauf, 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 Junge. Oh scheiße! Okay, scheiße, jetzt hab ich meine ganze Munde verballert. Wie lang brauchen die denn für dieses Shot? Lang genug. Damit wir uns hier noch ein bisschen verteidigen müssen. Oh shit, ich hab... Ah, da hab ich noch Magnum. Ah, jetzt... Oh ne! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Boah, ich hab keine Munde mehr. Und der eine rote sieht scheiße gefährlich aus. Die sind beide ziemlich gefährlich aus. Äh, wo kommen die her? Ah, da. Uh, 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 uh. Da! Da kommen wir noch mehr! What? Oh shit! Uh! Was war das denn? Was war das denn? Oh fuck, ey! Oh! Oh crap, 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 crap! Scheiße, ich bin schon wieder fast... T.O.T. Oh scheiße, hinter mir ist einer! Ich bin am Abkratzen! Oh kacke, kacke! Kacke, wo bist du? Nein! Scheiße! Haha! Ich hab keine Munde mehr! Ich kann nichts tun! Ich sterbe! Danke! Au! Okay, kacke, Freunde! Nein, ich hab keine Munde! Scheiße! Fuck! 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 Oh, ich muss hier weg! Hier ist noch Maschinengewehrmunde! Oh kacke! Nein! Au! Komm Junge! Oh Gott! Nein! Boah, das interessiert den überhaupt nicht, dass ich dem voll in die Fresse schieße! Au! Ey, ich bin... Ach du Scheiße! Ja, ich wäre jetzt auch gestorben! Oh fuck! Wie soll man das machen? Das ist schwierig! Ich hab kaum Munition mehr! Das ist nicht ganz einfach! Puh! Ich hab noch den Jailbreaker! Eventuell... Könnte ich eher den hier noch mitnehmen! Anstelle... Ja, für was? Ah, anstelle der Magnum vielleicht! Kann ich die Magnum-Munition auch noch entfernen! Und nehme... Die hier mit! Ich hab jetzt nur noch ein grünes Kraut! Ich hab sonst keine... Nichts mehr, was wir irgendwie nehmen können! Ich nehm mal die eine Mine noch mit! Aber man kann hier noch Objekte verkaufen! Ich hab aber zwei Stück eingesammelt! Ah, stimmt! Eigentlich hab ich zwei eingesammelt! So, ich hab auch nur eins gehabt! Hab auch nur eins gehabt! Ähm... Gut... Verbessern... Mal gucken, was kann ich denn... Ja, so viel Feuerkraftverbesserung hat die eigentlich gar nicht! Ach, das ist eh nur ne Shotgun! Das war ja gar keine... Ja, ja! Es sind zwei Shotguns mit dabei! Was hatten die für... Werte? 400 Schaden! Ne, da hab ich mit der schon mehr! Machen wir die wieder raus! Dann nehm ich doch die Magnum... Ups! Die Magnum mit! Ich glaube, ich lass das Scharfschützengewehr hier, weil ich überhaupt keine Money mehr hab! Aber du hast ja noch ziemlich viel da drüben, seh ich gerade! Ja, ich kann dir... Zehn kann ich dir geben! Das wär nicht schlecht! Bitteschön! Äh... Gut, ich kauf mir jetzt auch mal Erste-Hilfe-Sprays! Äh... Ja, ich hab mir auch grad eins gekauft, aber ich überleg grad, was ich rausmach dafür! Eventuell, wenn du Shotgun weiter benutzen willst, kann ich dir Shotgun-Money geben, dann würde ich die rausmachen bei mir! Ja, das wär super! Ich muss jetzt mal gerade erst... Erste-Hilfe-Spray, ja... Und noch eins! Das ist das Maximum, was ich mir leisten kann jetzt im Moment! Und... Dann entferne ich... Aha... Gute Frage! Ja, dann mach ich halt die Mine, glaub ich, weg! Dann kannst du mir die Munde noch geben! So, die hab ich dir gegeben! Äh... Seh ich... Achso, da! Oben! Schrot-Gewehr-Money! Ich seh's! So, dann noch die... Ja, also ich hab jetzt ein Heilspray noch! Ja, ich auch! Und ein Kraut! Me too! Und ganz viel Granatwerfer-Munition! Yay! Ah, Moment, warte mal, dann mach ich das grüne Kraut vielleicht raus und... Dann nehm ich die eine Mine noch mit! Okay... Ah, schade die... Ja gut, also ich mach jetzt mal aufbereit! Ah ne, dann nehm ich lieber Magnum-Munition mit! Moment, dann nehm ich lieber Magnum-Munition mit! So! Jetzt muss es irgendwie stimmen! Egal! Fertig! Und ab geht der Fisch! Mal wieder! Scheiße! Oh je... Scheiße! Unavam-Maut aus surveys